Hallo, Achtung Satire! Ja, ich habe nämlich heute hochrangige Studiogäste, hier zum einen aus der 15. Dimension, Geistheiler Salander. Ich freue mich, dass er da ist. Außerdem hier Peter Fitzig, der erste König von Deutschland, auch inkarnierter Erzengel Uriel und schließlich und endlich auch Immanuel, Markus Pösch, Immanuel in der Bibel, ja auch ein Name für Jesus Christus. Ja, ich dachte mir, was passiert wohl, wenn man die alle drei in einen Raum sperrt und mal diskutieren lässt, wer der Größte von ihnen ist, wer der wahre Messias ist. Ja, vielleicht hier erst einmal zu Geistheiler Salander von seiner Homepage, da erfahren wir ja schon, dass ihm von der geistigen Welt mitgeteilt wurde, dass er die 100% Reinkarnation von Bruno Gröning ist, einem der größten Heiler des letzten Jahrhunderts auf dieser Welt. Und er glaubt, dass er dessen Aufgabe als Geistheiler der Salander hier nun vollenden wird. Ja, er sagt, dass oder er weiß, dass Bruno Gröning, Jesus von Nazareth, Ashtar Scheran und er selbst ein und dasselbe jeweils inkarniert gewesene Lichtwesen sind. Also im Klartext, wie es hier auch wörtlich heißt, ich bin die Reinkarnation dieser früheren Menschen. Er war also auch schon als Jesus Christus hier auf der Erde. Ja, und weiter unten zu seinem Namen Sanander. Dies ist mein Name in der spirituellen Welt. Ich bin eine ingeborene Indigo-Seele, eine Ur- und Schöpferseele, ein göttlicher Avatar, der höchste derzeit inkarnierte Avatar, ein inkarniertes höchstes Lichtwesen. Ja, mit einem direkten Zugang zur Akasha-Chronik. Er war schon bei der Schöpfung dabei und vielleicht fangen wir bei ihm an. Erstmal hier herzlich willkommen im Studio Geistheiler Sanander. Schön, dass du da bist. Ja, erstmal grüß Gott miteinander, an alle Zuschauer. Recht schönen guten Tag. Danke, dass ich hierher kommen durfte. War ein bisschen anstrengend heute, hierher zu kommen. Ein langer Flug hinter mir. Und bin überhaupt nicht vorbereitet auf das Gespräch. Bin mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, aber Sanander, du bist doch das höchste Lichtwesen. Warum musst du überhaupt in ein Flugzeug steigen? Ja, kannst du denn nicht an vielen Orten einfach auch gleichzeitig sein? Das müsste dir doch möglich sein. Das ist gar nicht so falsch, an vielen Orten gleichzeitig. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das bin ich tatsächlich aber nicht mit dem physischen Körper, sondern mit dem Astralkörper. Ja, natürlich, wie dumm von mir. Das hatte ich jetzt gar nicht bedacht. Ja, dann freuen wir uns, dass du den weiten Weg hier auf dich genommen hast. Hast du denn vielleicht noch eine Botschaft hier an unsere Zuschauer? Alle, die jetzt zuschauen, muss ich jetzt leider erschrecken. Sie sind alle Außerirdische. Okay, wir sind also alle Außerirdische. Aber woher nimmst du denn überhaupt deine ganzen Informationen? Ich bin ja auch ein Medium. Ich bekomme ja dementsprechend Informationen von den Lichtwesen. Du bekommst Informationen von anderen Lichtwesen. Gibt es denn noch höhere als dich selbst? Das frage ich mich oft auch. Jeden Tag frage ich mich das. Das freut mich oft zum Wahnsinn. Das verwundert aber ein wenig, dass du überhaupt noch Fragen hast. Bist du denn nicht allwissend? Kennst du denn nicht die Antworten auf alle Fragen? Das müsste doch eigentlich bei dir der Fall sein. Oder wie erklärst du dir das denn? Ich habe Zugang zu Akasha und ich kann Dinge sagen, die passieren werden. Okay, und wo steht denn zum Beispiel die Menschheit heute? Du bist im Horrorfilm unter der Regie der Reptiloiden? Okay, aber was ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist doch alles Quatsch mit den Reptos? Dann hat er noch nichts verstanden. Das heißt, er ist noch nicht so weit. Er ist noch ganz unten gefangen in der Angst, in der Panik. Er ist noch nicht mal auf dem Weg, sich selbst zu erkennen. Ja, danke, Geistheiler Sanander. Kommen wir also nun zum nächsten Studiogast. Kommen wir jetzt zur Arthus-Runde und der Suche nach dem Heiligen Graal und somit zu Immanuel Markus Büsch. Herzlich willkommen. Ja, er schreibt, es geschieht, Parzival schlägt Markus zum Ritter im Graal. 144.000 geloben erneut vor Immanuel, also ihm. Immanuel kommt feinstofflich zu Markus. Immanuel gibt den Namen Immanuel Markus. Die 40 Tage Drangsal für jeden Berufenden. Ismail ist hier und erscheint der Erdenfrau. Ariel führt mich, mein geistiger Führer. Abdrushin ist die rechte Botschaft 1931. Das Erbe von Oskar Ernst Bernhard führt weiter Immanuel Markus. In der großen Not kommt der Menschensohn unter die Menschen. Der Punkt ist bald erreicht, wo Gottes Wille auf das Dunkel stößt. Herzengel Michael, der Streiter Gottes. Die große Reinigung, die Entrückung der Menschen von der Erde. Die Menschen kehren auf die Erde zurück 2026. Ja, deswegen herzlich willkommen erstmal, Markus Büsch. Warum eigentlich dein Geistführer Ariel? Warum nicht Persil? Oder Dasch 3? Das ist jetzt zunächst einmal als erste Frage an dich. Haha, 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 haha. Gut, war jetzt nicht so der Brüller, aber was ist denn deine Botschaft an unsere Zuschauer? Macht euch auf die Socken und am besten tragt ihr Hut. Aber Geisteiler Sanander trägt keinen Hut und dennoch folgen ihm viele. Ihr folgt einem falschen Führer. Ja, Sanander, was hältst du davon, dass wir jetzt auch alle einen Hut tragen sollen? Das sagt zumindest Markus Büsch. Ich würde es als Marketing-Gag bezeichnen. Ja, Immanuel, wir würden dir gerne folgen, aber du bist den ganzen Tag im Wald. Wie sollen wir dich denn dort überhaupt finden? Ihr könnt den wahren Menschensohn nicht finden. Das ist schade. Kannst du uns trotzdem irgendetwas dalassen, irgendetwas hinterlassen, eine Botschaft, einen Spruch? Kannst du uns vielleicht etwas zeigen, etwas, das wir üben können, irgendetwas, das wir nachmachen können, dass du uns vielleicht da irgendetwas Schönes noch zeigen kannst? Sicher, dass du da nicht nur eine Fliege auf der Schulter hattest? Zeig nochmal, bitte. Okay, und was passiert, wenn man die Übung ausführt? Und dann geschehen wunderbare Dinge. Ja, wenn das nichts ist, ich nehme an, ich werde überhäuft mit Reichtum, oder was genau kriege ich denn? 20 schwarze Raben. Juhu, 20 schwarze Raben, immerhin. Naja, eine Frage noch, Immanuel. Sagst du den Menschen eigentlich immer nur die richtigen Dinge und nur immer die guten Dinge? Und natürlich auch Falsches, natürlich, aber das wollen wir jetzt nicht sehen. Alles klar. Hast du denn zum Abschluss so eine richtig motivierende Botschaft nochmal an die Zuschauer? Also du weißt schon, so eine richtige Botschaft, die uns schon beinahe das Himmelreich aufschließt. Das wäre schön, wenn du uns da noch zum Abschied etwas mitgeben könntest. Danke. Nehmt die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, selbst. Nehmt diese als Vorbild. Ja, danke, Immanuel. Und somit nun zu unserem nächsten Studiogast, Peter Fitzek, der erste König von Deutschland. Ja, er sagt von sich, er sei die Verkörperung des Erzengels Uriel und Teil der Dreifaltigkeit aus Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der sieht sich also als den Menschensohn, als den Sohn Gottes. Peter, was sagst du zu allem bisher? Ich sehe das ganz anders. Okay, du siehst es anders. Aber was sagst du denn jemandem, der jetzt einfach sagt, er will nicht in dein Königreich kommen? Dann hat er Pech gehabt. Dann muss er in der BRD bleiben und im System sterben. Peter, wir haben vorhin gehört, Geist Salazananda kann sich einfach in seinem Astralleib fortbewegen von A nach B. Soweit ich weiß, ist das bei dir irgendwo irgendwie anders. Du kannst dich also irgendwo hinbewegen, bist aber gar nicht dort. Oder kannst du das nochmal uns genauer erklären? Da habe ich dann bemerkt, was für projektorische Fähigkeiten ich habe, also wo ich praktisch in die Ferne wirken kann und auf einen Kampfplatz auf der Astralebene wirken kann, auf dem ich mich selber gar nicht befinde, aber durch Projektion dahin gelangen kann. Ah, ich verstehe. Also durch Projektion kannst du dort hingelangen. Ja, ich meine, gut, du bist dein Erzengel, Erzengel Uriel, da sollte das ja wahrscheinlich auch kein Problem sein. Aber sag mal, naja, wenn du dich dort so astral projizierst irgendwo hin, hat man es dann immer nur mit guten Wesenheiten zu tun? Hat man dann nicht auch vielleicht manchmal auch mit bösen Wesenheiten zu tun? Was hast du denn da so in Erfahrungen? Du bist ja sicherlich schon viel herumprojiziert in die verschiedensten astralen Ebene. Und wem bist du denn da so begegnet? Gib uns da doch mal vielleicht so einen ganz kleinen Einblick. Und so wurden die Wesenheiten immer größer. Das waren dann irgendwann 240, 280-Jahre Wesenheiten mit dicken Hörnern dran, die sich teilweise bis auf die materielle Ebene begeben haben. Wathomet sprachst du an, genau der war es zum Beispiel. Und dann durfte ich Exorzismus üben beispielsweise, solche Dinge. Das sind alles so Sachen, über die ich sonst noch nie gesprochen habe. Ja, kommen wir zur Frage der Fragen. Bist du denn nun der Erwartete, der Messias? Du sagst ja selbst, du bist der Menschensohn, auch Teil der Dreifaltigkeit. Gott, der Vater, Metatron, siehst du als Heiligen Geist und dich selbst als Menschensohn. Und ich denke, das ist eine spannende Frage, die wahrscheinlich ja auch alle, die jetzt hier zuschauen, sehr interessieren wird. Also bist du der Verheißene, der versprochene Erlöser, der Erretter, der Messias, der Menschensohn, der jetzt hier wieder zu den Menschen gekommen ist? Sag mal jetzt wirklich ganz eindeutig, ob du es bist. Ja, manche Leute meinen, ich wäre eben der Erwartete oder meinen der Menschensohn, der Richtige. Und da soll es ja viele geben, sag ich mal so, die in der Endzeit auftauchen. Aber man glaubt wohl, dass ich derjenige bin, weil ich die Panzenpropatzeiung erfülle und ich all die Dinge geschaffen habe mit den Menschen, die wir hier zusammen haben. Und es gibt ja, wie gesagt, noch niemals woanders euch noch annähern, solche Strukturen wie hier. Also kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort. Wir können also in dir den Messias sehen, ja? Ich sehe das ganz anders. Ja, dann ist es anscheinend doch ganz offen noch. Ja, soweit diese Satire. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Materie nicht immer wirklich zum Lachen ist, dass da betterer Ernst dahinter steckt. Und das ist mir bewusst, naja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob das unangemessen war oder ob das auch okay ist, das Ganze mal humoristisch zu sehen. Und ja, jedenfalls, wie auch immer, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Macht es gut und Gottes Segen. Ciao. Und ja, jedenfalls, wie auch immer, ich bedanke mich jedenfalls. Und ja, jedenfalls, wie auch immer, ich bedanke mich jedenfalls. Untertitelung. BR 2018